alli hallo und ein wunderschönes willkommen zurück bei einer weiteren folge von minecraft wie heißt live in the woods wir haben bloß eine halbe stunde gebraucht nein spaß willkommen zurück willkommen zurück du machst jetzt hier die vorbereitung für entfälschen hast du gesagt der dake brüß genau der liebe und der knusperkopf gemacht und der ist hier ja der heißt bloß in in game noch zurzeit anders du heißt knusperkopf weil du bist der knusperkopf weil es ist ein zustand es ist ein zustand und zwar ich werde mich noch ein bisschen um kompost kümmern damit wir auch was anpflanzen können und ja ist eigentlich erst mal haupt grund wegen ich werde mal hier ein paar blümchen sammeln ich hoffe das macht sinn ich bin mir nicht so sicher ich weiß nicht genau was das denn machen soll weil ich habe die da letzt gesammelt und das bringt noch gar nichts da hast du noch blümchen einstecken oder so ein mist ne ich schmeiße ja ich immer weg aber sekündelchen ich kann mir eben schauen ich habe hier ähm strawberries na strawberry ist es zum anpflanzen gib mir einfach mal alles was du an blümchen und so einen scheiß hast blueberry ne ich schmeiße die immer gleich weg ja 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 genau sowas brauche ich wenn du mit umschalt drauf hältst dann siehst du immer ob es was zu essen bringt oder nie übrigens boxwood also wenn du umschalt festhältst und dann mit der maus drüber gehst ist das immer corny flower ich kann ich glaube ich habe ich habe einen oak sapling und setzling kannst du mir auch mitgeben ja ich habe aber gerade die taschen voll so wahrscheinlich auch also jetzt ist voll bei mir na gut dann dann ich mache es mal daraus was kann ich habe doch kein platz mehr wie soll ich das jetzt noch nehmen blümchen ich hoffe die wachsen wieder nach ich bin mal gespannt irgendwie starten wir immer nachts das ist ziemlich schwierig ja das ist nicht aber der mund geht unter da geht der mund unter hoch und ich will hier wieder irgendwie hoch und ich bitte noch mal mir zu verzeihen dass halt niemals nein ich spiele das wirklich zum ersten mal ich weiß doch also die zuschauer nicht ich weiß oder doch der eine oder andere wahrscheinlich schon aber nicht alle natürlich aber was habe ich denn heute im hals machen wir so komisch das klingt jetzt auch nicht wirklich gesund das war jetzt gerade das erstmal ich müsste eigentlich mal richtig richtig husten aber dann hustet er nein ich will jetzt nicht mache ich lieber einen auf 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 der freighter junior padawan dann wie heißt das fences also kompost die haben wir hier fertig und ja mal welche farbe hättest du gerne nether brick fans ne völlig wurst fans hier den hier die eichensatzlinge die tun man hier rein das tun wir hier mit rein sagen wir mal stickys und diese komischen was ist denn das hier bamboo kann man das jetzt einfach eigentlich und river cane das ist ein river cane ich weiß es doch nicht macht man das jetzt mit dem kompost steckys macht man mit planks ne was stickys macht man mit planks jajajaja kompost was mache ich kompakt und trotz nicht das nicht mehr das sind brauchst das sind traurig Prozent scheibenkleister kompost hier haben wir kompost aber ein komposter brauchen wir dazu auch noch ja mal eine kiste ich brauche eine kiste das kriegt man hin und dann mache ich gleich mal zwei komposter oder macht mehr sind ach guck mal ich kann der fences nach der oberen ähm gut ich habe jede menge holz und jede menge fences äh übrigens wenn du dir ein rezept vormerken wirst also du hast jetzt ins ausgewählt dann hast du so ein fragezeichen dann kannst du dir das sozusagen das crafting dings da reinschmeißen wirst du dann mal einfach probieren das wirst du mitkriegen dann was ich meine so haben wir hier zwei komposter die stellen wir mal da und da hin und da kommt jetzt das zeug rein oder was nee nicht so richtig ähm komposter da würde ich mir jetzt den kopf stoßen produce by ach du scheiße worten plant redstone kompater ach du scheiße komposter da habe ich nichts mehr zum komposter doch eine axt habe ich doch warum nehme ich keine axt zum ach du kacke Leute helft mir ja also ihr dürft auch übrigens ein richtig guter youtuber oder sonst was sein der im prinzip uns hilft hier das ganze zu stehen ist jetzt nicht so also wir fühlen uns nicht gekränkt wenn ihr sagt ey alter deine mutter 500 kilo ich zeig dir wie das geht hätten wir jetzt nicht so das problem mit also ich zumindest nicht redstone ach du scheiße keine ahnung wie das mit dem kompost geht das ist jetzt echt doof aber wir haben ja auch keine grillen ne eigentlich können wir das auch mit normaler erde erstmal machen theoretisch da brauchst du wasser ja kann ich dann eh mal machen ich hab ja fünf metall oder so hatte ich ja jetzt müssen wir auch bald gehen aber dann müssen wir die monster dann wiederum einschalten also das machen wir noch nie gleich gut gut wir gehen mal was ist das denn bambo hab ich jetzt hier bambo gefunden ach scheiße oh jetzt was bambo ich hab wieder einen timer nie gestellt hast du schon angefangen was abzugrenzen kann ich schon was anpflanzen oder so dann nein noch nicht aber du kannst einfach mal anfangen abzugrenzen und nicht grenze um du wolltest das machen ja ich sammle hier grad millionen dem bu da musst du mich unten abbauen und dann fällt ihr oben alles auf die fratze ach man ja dauert halt ein bisschen dachte ich kann jetzt schon anfangen hier ja alter ich muss ja auch noch zäune bauen ne naja ne ich weiß ja nie wie du das geplant hast ich hätte hier vielleicht einen eingang gemacht ich finde das ja kann ich das mal irgendwie abgrenzen hier vielleicht mit so einem holzklotz hier hätte da nämlich könnt ihr mal die klappe halten würden pferde wenn wir hier so ne da hoch zuß so ne treppe und dann da rüber zuß da wären wir nämlich oben da bauen wir die treppe mal um die ecke was hältst du denn davon naja find ich geil find ich find ich ich seh nicht was du machst jetzt find ich find ich geil wenn wir sagen wir fangen hier ne treppe an ne gehen da so in den wald rein so also so naja theoretisch in den wald ach du willst da rüber und dann und dann nach und dann nach links abknicken dann die treppe und dann da drüben drauf halt da wo der kirschbaum steht also willst du hier abgrenzen komplett so hier gerade rüber naja du musst das nicht genau hier hier lang setzen den zaun du kannst den schon hier lang setzen oder so ja gut dass wir außerhalb vom zaun dann mit der treppe anfangen ja gut zwei zäune habe ich ja jetzt schon da kann ich ja dir schon wenn wir sagen einfach mal einen eingang geben du kannst mir mal einen eingang geben du kannst mal links und rechts einen Pfosten hinstellen und dann denke ich geht das momon ich mach dir ein könnte theoretisch hier ohne was weg du blöde Kuh geh weg so so dann kann das ohne weg sie haben einen eingang du kannst du einen dorten Zaun äh entro machen ne weißt du ja schon aber ich bin jetzt gerade noch am bauen ähm mach das mal noch eins nach rechts am besten dann baust du auch selber ab dann machen wir mal da ich stelle das mal kurz als Pfosten hin weißt du jetzt kommst du mit dem Zaun so komisch um die Ecke verstehst ähm so das wäre jetzt hier so der Eingang lalala oder ok da steht dort hinten und guckt mir den Ofendorf an ok hab verstanden ja ich muss doch ähm und dann könnte man hier lang gehen und dann könnte man so oder mhm bin am überlegen bin am überlegen hier so einen Weg lang kommen ah nur beim Bu geht nicht ok lalalalalalalalalalalal ähm wollen wir das Feld ein bisschen um die Ecke machen oder wie denkst du dir das ich hab mir echt gedacht so ein bisschen um die Ecke ja ja ok gut wir können man theoretisch das hier auch noch wegrumsen und ich muss gleich schon wieder was essen alter ist das schwierig ach wir gehen ja jetzt schon wieder die ich muss gleich erstmal einfach was anpflanzen glaube ich glaube das macht mehr Sinn wie macht man denn Bretter mit vier ne vier Holz ein Holz mein Junge ein Holz mein Junge ein Holz ok also wie gesagt ich lerne das jetzt wirklich ah da ok ich krieg keiner mit alles gut nein jetzt hab ich doch was falsch gemacht ach doof doch eins nach rechts also eins nach oben ähm ach du blöde Kuh geh doch mal jetzt weg verdammte schöne Kuh äh mö halt die Klappe äh machen wir da den Eingang hin und dann mach ich hier wieder Erbe rein weil ich nämlich doof bin boah jetzt steht mir auch noch ein Schwein im Weg Entschuldigung ich stehe hier nur so rum ne das ist hallo gehst du weg hallo Sekunde gehst du yeah und meine Schaufel ist put toll äh da machen wir bis zu dieser kleinen Wasserbucht hier das ist auch geil ähm muss ja nicht alles so immer synchron sein das kann ja auch immer ein bisschen abweichen äh jetzt haben wir hier dreier Platz da kommt theoretisch eins zwei drei ähm so eins zwei drei jetzt hab ich auf jeden Fall schon mal das jetzt muss ich stickieren hier rein ähm das ist der Rand okay also hier dann so lalala lalala das ist dann der Hauptweg so meine Idee gerade nein ich klopfe das jetzt nicht alles per Hand weg ich geh mir ne Schaufel machen lalalala ich muss unbedingt Musik rein machen das wird echt doof ähm so Steine hab ich natürlich keine einstecken hast du grad zufällig Steine einstecken nein sag bitte ja äh warte mal warte mal ähm Stein Basalt Kobbelstone naja Hauptsache Kobbelstone ist egal was Hauptsache Kobbelstone ja naja aber mit was anderem geht's nicht das ist das Robiilem und nochmal bis hin naja ist egal das brauch ich nicht hä das wieso gibst du mir das nicht du stehst falsch du stehst falsch du gibst dir das immer selber Sekündchen das Holz hab ich jetzt genommen Affe hä du sollst dann die Sätzen naja klar macht Sinn will ich doch auch ne soll ich mir den Scheiß jetzt selber abbauen nein Mann jetzt hätt's mich nicht bitteschön hinter dir liegt's Holz bitteschön lalalalalala dankeschön sehr freundlich nein wollte ich doch gar nicht so ähm ne Schaufel und noch ne Schaufel kann ich mir grad nie machen warum hab ich so viel Holz einstecken schenke ich dir also man lalalalalala warum ist jetzt wieder mal Basalt Kobbelstone hier drin weil ich dir das wiedergegeben hab weil ich nett bin will ich nicht mir egal ich will ihn aber nicht so ich muss was essen hier ist ein Inselnuss das da ich hab noch reicht aber nie was ich jetzt hier hab hi 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 dann können wir uns dann nämlich von hier unten von dem Feld aus wo sind meine restlichen Bretter mich die doch hingeschmissen könntest du mich mal ausreden lassen wenn wir dann das Buildcraft drin haben können wir uns nämlich hier eine Kiste reinstellen in das Feld ich hab gar nichts gesagt ja ich sag nichts mehr alles gut ja wenn wir das Buildcraft haben jetzt geht's los ah darf ich jetzt so ja ja ich sag doch kein Wort okay wenn wir das Buildcraft drin haben können wir nämlich hier unten eine Kiste reinstellen so weit war's schon mal und können dann in die Kiste also können das dann mit unserem Lagerhaus mit der Pipe verbinden und dann wandert das direkt von hier unten hoch in unser Lagerhaus und wird direkt eingelagert achso ja das ist Türki das ist geil so bis hier hin so das ist der Hauptweg obwohl das ein bisschen übertrieben ist das Hauptweg aber ist egal so und dann machen wir wenn da der Zaun ist machen wir hier an der Seite ein bisschen Wasser jetzt war das schon wieder dunkel Alter was ist denn das ähm überleg 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 hier Wasser reinmachen warte ich bin mal schlau oh Alter Flash 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 da bin der Fackelmann von Fackelmann ich hab die Fackel an ja hab ich auch guckst du ja so bisschen angenehmer würde ich sagen hier kommt Wasser rein wir machen das erstmal so weil ich jetzt grad nie weiß wie das mit dem Kompost funktioniert ähm bis wohin machen wir jetzt ähm warte mal hier kommt der Zaun lang da kommt der Zaun lang dann geht er bis bis hier hin und dann hier lang okay das können wir so machen das ist gut dann machen wir wie langsam kann man wie langsam kann man ich sein im Graften 3 4 5 machen wir 5er 5er breite an Feldern oder was sagst du ja würde ich sagen oder nee warte mal wir machen immer so 3er rein weil da machen wir immer so einen Mittelweg würde ich sagen kommt hier ein Weg rein ich muss mir das dann ich weiß noch nie ob das so dann bleibt wir gucken uns das mal an bin mir noch nie so ganz sicher geht das Wort zu weit aber so warte du musst hier erstmal erstmal bekapst kommen mit dem du musst jetzt 1 2 3 ja was hast du ja ich muss hier bloß mal klarkommen mit dem Menü dass ich das halbwegs brauchbar nicht jedes einzelne achso ja verstehe ich nee tust du nicht äh doch ich gebe mir Mühe nee wollte ich gar nicht so viele ähm toll nee das machen wir nie wir machen wo haben wir hier das geht nie schade du gräbst ja gerade deine Gräben zum näher bloß jetzt erstmal damit ich überhaupt was anbauen kann ich hab jetzt wieder kein warum hab ich wieder kein cobblestone ich hab hier 2 cobblestone mit dem geht's aber nie ich hab noch 6 basalt cobblestone ja gib mal her jetzt lass mich erst hier das machen ich muss ja wo machen wieso hast du mir jetzt wieder was in die in die Aufnahme man was denn ich hab doch gar nichts gemacht jetzt ich hab ein Ei so hast du jetzt davon ähm ich mach jetzt einfach mal irgendwas anderes gerade da normales Holz weiß nicht ich mach erstmal hier Holz oh Gott ich hab noch nie der Plan äh mach erstmal hier als Weg kommt jetzt erstmal das rein ich kann eigentlich schon mal das Wasser reinsetzen ja das kann ich ja derweil machen da kann ich ja einfach was drumrum bauen ne wie was drumrum bauen ja wenn du Wasser reinsetzt kann ich nur drumrum bauen ist schon alles äh weil ich ja noch ewig ewig Zeit brauche bis jetzt ja ja du kannst äh bau mal rum ich bin gleich mit dem Wasser fertig ich würde gerne schnell was einpflanzen weil äh das braucht auch eine Weile damit das wächst das Problem hier ist Wasser ja hab ich grad gemacht dann mach ich hier außen dann Zaun ja hier hier kannst du direkt am zweiten nee nee hier direkt am Wasser lang da bist du vor Verschwendung weil du musst doch links und rechts vom Wasser lang nein nein dazu dazu ist ja hier da hier haben wir äh hier kannst du anbauen und hier drüben kommt dann das nächste Wasser hin das reicht zu du brauchst doch links und ach das reicht zwei weit ja ja das das reicht zu okay das äh die genauen Maße weiß ich jetzt nicht mehr aber das reicht auf jeden Fall ich weiß auf jeden Fall dass du links und rechts vom Wasser anbauen kannst ist ja ist ja links und rechts ja hier vorne nicht wenn ich hier einen Zaun mache na hier würde ich ja auch nichts anbauen warum ja warum sieht doch doof aus hier ist doch nein mach doch du den Zaun hin sieht doch viel schöner aus ja Schatz ich mach deinen Zaun hin aber ich find's Verschwendung wieso Verschwendung guck doch mal wie groß die die Map ist unendlich wo ist denn da Verschwendung erklär erklär willst du jetzt Cobblestone haben die Cobblestone so ja bitte auch hin muss grad mal kurz hier bitte schön noch die Blutrin aufsammeln toll kann ich nicht aufsammeln bin grad voll helle Batch ähm ich hab hier einen Haufen Erde einstecken das ist aber nicht schlimm so jetzt mach ich mir erstmal ne ho 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 ich mach das auch erstmal äh durcheinander anbauen ne ich mach das noch nie so geordnet das machen wir später so dass wir aber wenigstens erstmal was haben weißt du ähm genau so dachte ich mir das find ich doch ganz cool und hier kommen die Felder hin da kommt Weg rein hier das müssen wir mal gucken aus was wir das machen das weiß ich noch nie ähm hier bis äh zu dem da weiß ich nicht ob wir hier um die Ecke ein bisschen bauen oder was ob du da ein bisschen zickzack bauen willst noch eins weiter so ob der jetzt zum Beispiel äh in die Richtung oder so mir ist egal da ist ja eigentlich wurscht wie das dann zieh ich dir jetzt noch zwei Felder weiter so je nachdem wie du das äh machen willst so noch haben wir ja keine Gegner noch ist nicht so wild ja richtig ähm nimm 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 ich bin grad überfordert achso ich wollte mir ne ho machen ho 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 du weißt was eine ho auf englisch ist ne ho mit dem scheiß geht das auch wieder nie oh Gott gut was soll das denn hier werden soll denn was werden das ist weg ich hab's bloß schon mal ausgehoben achso jetzt brauchen wir irgendwie ne kiste weil sonst hab ich echt ne problem mit mit müll ich brauch ne aus müllkiste reicht das echt drei weit das wasser ja glaub mir doch ok kann ich da da ist immer noch was das finde ich nämlich viel schöner wie das Reichszuggerklubbe das wo das immer bauen mit einem und dann links und rechts eins und fertig das Reichszuggerklubbe fünf Felder wenn ich mich nie täusche ich bin mir nicht sicher so ich muss gleich mal zurückgehen lass uns gucken und hoffen dass wir dass wir noch was nie hüpfen bitte drauf ja ich hüpfe weil dann wird das wieder normal das wär nicht so schön ähm bauen wir hier das erste an toll das war einmal versaut weil es noch nie nass war scheiße egal äh ich geh mal kurz hin warum haben wir eigentlich die ganze Zeit nacht ich versteh's nicht nehm mir ne fackel in der Hand du siehst aus wie ein leuchtender Iron Man na 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 du 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 ach ne ist wohl was anderes ähm ok Musik muss auf jeden Fall noch in das Let's Play rein definitiv ist mir ein bisschen also ein bisschen äh Ambiente Musik äh könnte man ruhig mit reinbauen ich hab mir da wie gesagt schon mal was vorbereitet ich muss ja mal gucken ähm wie es bei dir ist weiß ich nie ich kann dir ja die Musik auch mal schicken oder was keine Ahnung ja würde ich sagen so ich bin nicht so der Musiktyp aber ganz ehrlich ab und zu na ja leichte Mucke unter dem ja weil hier in Minecraft ist ja ein bisschen überflüssig mit der Mucke einstellen das macht irgendwie keinen Sinn ja gehört ja also ich hab die ja schon an ne aber so das rein das rein Limestone rein ich hau die Erde jetzt auch mal hier rein Instinct behalte ich mir mal dann äh hier haben wir noch das ach Cauliflower hab ich doch noch einsteckt ich hab jetzt einfach mal Sachen hier rein das brauche ich jetzt nie das brauche ich jetzt nie bei Holz wie sie jetzt nie ähm das Fleisch habe ich noch irgendwas zu essen ich hab nix zu essen ich hab noch irgendwas rohes einstecken aber das war's ähm ähm ein Apfel was haben wir sonst noch nix toll ähm das kann man anbauen das kann man anbauen das kann man auch ne das brauchen wir jetzt nie so Sojabohnen Tomaten Kaktusfrüchte weiß ich nie das das wir können auf jeden Fall einen Haufen äh Erdbeeren anpflanzen 16er Stack hab ich davon blaue Heidelbeeren die können wir auch anpflanzen das 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 ne Apfelbäume warte mal wie war das glaub das war recht simpel ich glaub das war so oh ich hab einen Apfelbaum wo soll ich denn den hinstellen Apfelbaum stell den hier oben hin erstmal oder kann man ja immer noch mal neu setzen das ist ja kein Problem das ist ah jetzt weiß ich auch was du da die ganze Zeit summst das ist nicht Superman das ist das ist Dings ähm kannst du mir mal kurz äh ich weiß es auch gerade nicht kannst du mir aber mal kurz was helfen hast du noch Essen einstecken oder kannst du mal kurz Melonen holen gehen boah halt Essen ja äh ja ähm Melonen hab ich 16 ich luft gerade verdammt langsam ein kleines feines Problem eigentlich bei den Blueberries hier ich komme ne ich komm gerade wieder runter eigentlich ok oh hier ist noch wo sieht's noch mal noch mehr sieht's ähm Platz im Inventar wahrscheinlich nie ne so ich komm jetzt wo kommst du hoch ist die Frage weil oh scheiße ich bin klar am sterben das ist jetzt auch nie so mega schlimm war außer dass ich EP verliere aber ah hier neben dir ja guten Tag und du brauchst was zu essen hast du gesagt ne ja wenn ich Platz hab dann nehme ich gerne was was ist das jetzt schön Veressen was ist das Fleisch oder was Veressen Fleisch sag doch Fleisch muss auch noch kurz hier ich hab keinen Inventarplatz frei noch Schub ja da war noch eins ja du hast es gerade aufgehoben wieder weil ich es nicht aufheben konnte also das Knight Rider übrigens Knight Rider genau den der ganze Zeit da sie sich am bei mir wir haben was haben wir heute eigentlich vom Wochentag Mittwoch genau saß ich ähm am Samstag davor von Knight Rider mhm vor dem Auto ah auf der Convention genau ne nie Convention ist das eigentlich so okay das war ja bloß lieber 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 knusperschädel was denn hier das hier unten der Zaun weil ich seh gerade du hast hier rüber den Weg gebaut da kann ich ruhig noch ein bisschen weiter wir hatten doch gesagt um die Ecke ja klar kannst du noch weiter gehen genau das ist der Plan und da mach ich jetzt einfach um den Baum rum die gleiche Entfernung und dann geht's hier rüber gut ne richtig schöne Riesenform kann man mir mal jemand sagen warum ich keine keine Sachen anbauen kann das ist mir gerade ein Rätsel musst du da Fertilizer oder sowas drauf machen also Dünger ne hm uh ah das konnte ich jetzt anpflanzen hä bin verwirrt das kann ich anpflanzen dann pflanz mal ah ok ja ich muss erstmal Siebs draus machen ich verstehe ok äh wie gesagt ich mach jetzt erstmal alles Mischmasch ne hm ok wie weit sind wir denn äh noch nie durch ja ja dann hole ich mir jetzt nämlich nochmal eben ein wenig Holz so daraus machen wir natürlich auch Siebs nice jetzt ein bisschen weiter in den Wald tüß also deep in the woods tüß Arschloch. Ähm... Da-da-da-da-da-da-da... Daraus machen wir auch noch Sitz. Alter, wie viel Sitz ich jetzt hier mache? Egal. Ähm... Lohnt sich ja. So, das... Ich mach jetzt echt, also... Wird jetzt total gemischtes Feld, aber Hauptsache wir bauen schon mal was an, damit wir überhaupt mal was ernten können, damit wir noch mehr anbauen können, damit wir wieder was ernten können, verstehst? Ne. Macht Sinn. Äh... Die Erdbeeren mache ich aber mal extra, weil davon habe ich nämlich viele. Ähm... Da-da-da-da-da-da-da-da... Also erstmal mega durcheinander hier, wir hätten viele eher schon damit anfangen müssen. Hm. Aber nein, Michiel musst hier erst noch seine Höhle bauen. Kürbisse... Ja, hab angefangen, ne? Kürbisse waren doch daneben, ne? Ich glaube. Melone? Nauze, hätte ich fast gesagt. Ähm... So, Kaktusfrüchte. Wie sieht's damit aus? Die muss ich auch machen. Okay. Ähm... Noch irgendwas? Ach hier, Sojabohnen. Sojabohnen sind wichtig. Das ist nämlich so Grundnahrungsmittel, wenn man vegan hier leben möchte in dem Spiel. Will man nicht. Tomatensaat. Was die Kuh dazu sagt bei mir gerade? Puh... 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 Ich hätte grad schwer geatmet, die junge Dame. Verdammt, ich hab jetzt grad gar keinen... Gar keine Axtenscheiß mehr. Na, da muss ich mal was... Waaah... Sollen helfen, hab ich gehört. Ach... Ach, die Picke ist auch gleich im Eimer hier. Oh... Scheiße, die Hoh ist kaputt. Egal. Muss ich die Erdbeeren eben doch... Ach, bitte könnte immer einer erklären, was Hoh heißt. Ja, ich weiß, was du jetzt damit meinst, aber die heißt nun mal Hoh. Eine Hacke ist nun mal auf Englisch eine Hoh. Das ist doch so. Ja, ja. Farming Hoh. Würdest du dich auskennen. Mit einer Farming Hoh. Hä, warum ist das... Ach so, darf ich nur auf Sand setzen? Okay, danke. Dann komm her, flupp dich. Komm, flupp dich. Wo machen wir die Büsche hin? Wo machen wir die Büsche hin? Sind das Blaubeerenbüsche? Ich hab keine Ahnung. Noch kannst du setzen, wie du das magst. Noch? Oh, das find ich schön. Wenn du das schön findest, dann sind wir alle auch mit dir zufrieden. Gar nicht wahr. Wohl. Sagst du jetzt auch nur, wenn ich die Fresse halte? Nein. Ab und zu meine ich auch mal was so, wie ich sage. Oh, okay. Genau, Entschuldigung. Okay, das geht nur. Okay, ich hab erstmal was angepflanzt. Du siehst immer, wenn du auf die Pflanzen guckst, wie weit die im Wachstum sind, siehst du unten rechts. Und dann bloß mit Rechtsklick kannst du das ernten. Du brauchst die nicht komplett rausreißen. Dann brauchst du die nämlich nicht neu wieder aussetzen. Das macht dann Sinn, wenn wir richtig Felder für alles haben. Sondern du kannst die einfach nur ernten, ohne die Sieds mit rauszureißen. Okay, dann wachsen die im Prinzip wieder neu. Richtig, richtig. Okay. Nur mal gleich so am Anfang. Ich geh jetzt mal kurz, obwohl wir bei 23 Minuten sind, das macht gar keinen Sinn, jetzt loszurennen. Was machst du jetzt eigentlich gerade? Ich würde jetzt nochmal Zäune machen und dann würde ich sagen, komm mal zurück. Okay, also. Ja, das war's dann auch bei uns für die Aufnahmesession heute. Ja. Machen vielleicht morgen nochmal eine. Also nie wundern, wenn wir dann immer noch alleine spielen. Das wird wahrscheinlich jetzt für euch erstmal noch ein paar Folgen sein. Werden noch ein paar Folgen für euch sein. Hoch zum Bett oder was? Naja, klar, dachte ich, oder? So als Session anfangen und Session enden oder so. Boah, warte, ich brauche was zu essen. Ja, ich hab gar nichts. Ich hab null nichts, nada niente. Ich hab noch einen, einen Haxen. Und der blinkte schon. Ähm, zur Null kommst du ja eh oben raus, ne? Ja, gut, aber. Obwohl, die hätte ich mir jetzt sparen können, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich oben rausgekommen. Aber was ich nicht verstehe, schön Kirschblüten, ne, japanische Kirschblütenblätter. Ähm, ist ein Kirschblütenbaum, ne? Aber warum wachsen darauf keine Kirschen? Das ist mir ein Rätsel. Weil Kirschblüten nicht unbedingt gleich von der Kirsche kommen. Ähm, ne, klug Scheiße. Entschuldigung. Oh, geil, was hab ich denn jetzt noch für Sieds gefunden? Botanik hat ja nichts mit Eimern zu tun. Raspberry und Blueberry. Oh, geil. Was ist das? Das brauch ich nicht. Das ist ein Sied. Das ist... Boah, Alter, das Spiel ist einfach so mega, muss ich echt sagen. Ich hab auch richtig Bock. Ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterspielen, mindestens. Mhm. Aber wir müssen uns mäßigen. Wir müssen uns mäßigen. Ein bisschen. Wir können ja nie zu viel aufnehmen. Das ist auch wieder nie. Und dann haben wir ja auch andere Projekte. Ich hab ja nur, ähm, ja, heute, also Mittwoch, wir haben heute den 6., ne, 6.4. Ähm, nehmen wir gerade auf. Die Folgen kommen ein bisschen später, weil das passt uns mit unserer Planung nie. Ähm, ja, ich hab ja auch, heute zum 6. hab ich ja auch die erste Folge Seven Days to Die bei mir rausgehauen. Ja. Ähm, mal gespannt, wie das, mal gespannt, was da, wie das ankommt. Kommt aber erst mal alle zwei Tage, weil ich ja wusste, dass wir Minecraft machen. Und da hab ich's lieber erst mal, ähm, ja, so gemacht. Auch alle zwei Tage find ich jetzt auch gar nicht so, so. Ja, naja, mal gucken. Also ich, ich such da ja auch jemanden. Eventuell, wenn's passt, da, 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 eine Runde mitzockt oder was, mal sehen. Was ich ja gern machen würde, aber momentan ist bei mir grad echt zu viel. Die Hosen voll. Ja, ja, schon. Gerade zu viel. Oh, da ist ne Birke gewachsen. Was ist ne Birke? Schön. Eine Birke. Achso. Ne Birke? Also hier kommt dann Schönmühne und, ähm, Lagerhaus hin. Ne, wisst ihr? Da hinten kommen die Felder hin. Finde ich cool, dass du das, äh, dir das, äh, ja, zu Herzen genommen hast, dass ich, wie gesagt, nie gleich um die Ecke. Finde ich cool. Du, ich, wir spielen ja zusammen. Wie gesagt, man kann das ja, man kann das ja alles dann mit diesen Pipes, alles unterirdisch, kannst du das verlegen, äh, kannst die alle ordentlich abdecken, sieh kein Schwein, wo die Pipes langgehen. Und dann wandert das dann unten, stellst du in die Kiste hin, da legst du alles rein und dann wandert das gemütlich durch die Pipes oder je nachdem, was du für Pipes nimmst, dann geht's auch schneller. Ähm, wandert das dann halt direkt in so einen, in so einen Verteiler und dann, äh, verteilt sich das automatisch, ähm, ordentlich sortiert in die Kisten, ne? Ja gut, aber wenn wir zwei verschiedene Häuser haben, müssen wir dann wieder, obwohl wir haben ja dann ein Lagerhaus. Wir haben ja ein Lagerhaus, genau, das ist ja. Okay, dann geht das ja, bei uns beiden geht das. Bei uns beiden geht das und dann kann man ja im Lagerhaus, kann man so eine Extrakiste zum Beispiel machen oder mehrere Extrakisten, wo dann zum Beispiel von den anderen Städten, wenn die uns was schicken wollen, wenn die uns was Gutes tun wollen oder was, dass dann, äh, von denen aus, da haben die eine Kiste, dann legst du eine Pipe von denen aus, bis hier rüber, in die eine Kiste halt rein, machst ein Schild drüber, weiß ich nie, der und der, äh, weißt du, dass du weißt, von wem es kommt und dann, äh, geht das halt in die Kiste rein und du freust dich. Hm. Schickst halt was zurück. Das ist wie so eine, wie so eine, ähm, wie diese, wie diese, äh, Röhrenpost, weißt du? So was, so kannst du dir das vorstellen. Und das finde ich ja so mega geil eigentlich. Also da müssen wir nochmal mit dem Sofa gucken. Das ist jetzt noch nie drauf, sonst würde ich es euch ja schon mal zeigen. Ja, aber wie, wie gesagt, das ist halt richtig Arscharbeit noch. Das ist mega Arbeit, ja. Aber jetzt für dieses Staffelfinale, oder was heißt Staffelfinale, ist ja gar nicht so, naja, Sessionfinale. Jetzt haben wir Sonnenuntergang und jetzt sage ich, bye bye, meine lieben Freunde. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods mit dem Knusperkopf. Ja. Und meiner Wenigkeit dem Darkie Priest. Also bis zum nächsten Mal und fließe dahin, bis deine Tschüsse. Macht's gut und klingt nicht so schwul. Gut, Tschüss. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.